Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von unseren Streifzügen. Heute mit Silke und mit mir und wir reden heute über Essen im Film. Essen im Film, Silke, ich freue mich so krass über dieses Thema, weil es ist mein Lieblingsthema. Ich habe wirklich ohne Spaß, schon seit ich ein ganz, ganz kleines Mädchen bin, habe ich immer wieder, wenn ich Filme angucke oder Serien angucke, immer wieder so weirde Gedanken, zum Beispiel eine kleine Anekdote. Ich bin gespannt. Ich wollte immer die Dinge essen, die in Trickfilmen gegessen werden. So zum Beispiel ganz klar natürlich der Krabbenburger bei Spongebob Stammkopf. Oh, natürlich, natürlich. Ja, aber dann auch ein bisschen weirder, so Sachen wie zum Beispiel König der Löwen. Timon und Pumba haben immer Larven und Käfer gegessen und ich fand Larven und Käfer irgendwann total gut und habe dann immer, wenn meine Mama uns Nudeln mit Feuerwehrsoße gemacht hat, habe ich dann immer so getan, als wären das die Käfer von Timon und Pumba. Und ich liebe es einfach. Oh, ja. Ja, I know. Es ist aber so. Jetzt ist es raus. Ja. Und ich wollte heute einfach gerne ein bisschen mit dir darüber schnacken, was du so für Anekdoten kennst und was du für Filme kennst, in denen dir das Essen so richtig im Kopf geblieben ist. Also eine Szene, die mir im Kopf geblieben ist, an die ich sofort denken musste bei diesem Thema, da sieht man das Essen im ersten Moment überhaupt gar nicht. Also Hook, sozusagen die reale Fortsetzung von der Geschichte des Peter Pan, in der Peter Pan erwachsen geworden ist und dann aber nochmal nach Nimmerland zurückkehrt und ihm fehlt ja erstmal alles. Ihm fehlt ja auch die Fähigkeit zu fliegen, weil er nicht mehr dran glaubt und ihm fehlt die Fantasie und ihm fehlt halt auch die Fantasie, bei diesem großen Essen an der Tafel mit den verlorenen Jungs, sich das imaginäre Essen vorzustellen, weil das Essen wird nur sichtbar, wenn sie dran glauben und wenn ihre Fantasie wieder richtig funktioniert. Und diese Szene, ich habe die als Kind geliebt, ich finde die heute noch großartig, weil halt mitten, ja also er nimmt ja den Löffel und es ist noch nichts drauf auf dem Löffel und im nächsten Moment, wenn quasi das imaginäre Essen fliegt, quasi im Flug, wird es dann plötzlich sichtbar und landet halt seinem Kontrahenten im Gesicht und dann beginnt eine gigantische Essenschlacht. Also diese Szene liebe ich, muss ich sagen. Und wer hätte es besser spielen sollen als der unglaubliche Robin Williams und man sieht ihm diese Fantasie im Gesicht einfach an, wie sie plötzlich aufleuchtet und genau diese Szene liebe ich auch so doll, weil man das Gefühl bekommt, das stimmt ja auch, Essen hat ja auch viel mit Fantasie zu tun. Ich meine, klar, wenn man richtig Hunger hat, dann schaufelt man einfach nur rein und dann denkt man nicht so großartig darüber nach. Aber im Endeffekt ist es doch wirklich auch als Kind schon immer so gewesen, dass man sich auch so ein bisschen was gedacht hat und man isst irgendwie achtsam. Es kommt ja jetzt auch alles wieder und ich liebe diese Szene auch unglaublich doll. Ja, mit achtsamem Essen hat die nichts zu tun. Da wird ja wirklich schon geschmissen alles. Ich habe ein Interview gelesen mit dem, der Anführer der verlorenen Jungs, der Rufio mit den schwarz-roten Stachelhaaren, der hat erzählt, dass sie diese Szene zuerst mit so gräulich-bräunlicher Masse gedreht haben, aber dass Steven Spielberg dann nochmal entschieden hat, nee, das muss knallig-farbig-bunt sein und das ist ja alles so total quietsche-bunt und heutzutage ist es kein Problem, du kriegst in jedem Laden irgendwie Glitzergrün-Fendant. Aber zu den Zeiten war es gar nicht so leicht, das Essen irgendwie so einzufärben und so hinzufärben. Das war etwas völlig Besonderes und er hat erzählt, er und die anderen Schauspieler, die ja alle noch Kinder waren, haben dieses ganze Fest mal danach auch wirklich verschlungen und sich darüber gefreut, dass sie mit so buntem Essen spielen durften. Wie cool, oh mein Gott. Auch bei den Schauspielern hängen geblieben, diese Szene, ja. Ja, auf jeden Fall, also wo wir gerade bei den Schauspielern hängen geblieben sind. Also es gibt so ein paar Szenen, die ich auch schon drehen musste. Es ist ja nicht so, dass man dann so ein wahnsinniges Festessen bekommt und sich freut, weil man Hunger hat und man darf es einmal essen, sondern wenn man sowas dreht im Film, dann muss man das halt hunderttausendmal immer wieder machen, immer wieder essen. Und wir als Schauspieler machen das eigentlich immer so, dass wir halt dann den kleinen Trick machen. Wir essen eigentlich gar nicht so richtig. Wir schieben nur auf unseren Tellern hin und her und schneiden so ein bisschen. Ab und zu führt man mal eine Gabel mit was zum Mund, aber man isst es eigentlich nicht. Es gibt aber Filme, bei denen es unglaublich wichtig ist. Bei mir zum Beispiel gibt es zwei, an die ich da denke. Ich musste in Ehebrecher und andere Unschuldslemmer eine Schwangere spielen, die dann zum Beispiel solche ekelhaften Sachen essen musste, wie ich sollte saure Gurken in Joghurt dippen und das essen oder keine Ahnung, ständig irgendwie Chips und Gummibärchen gleichzeitig und ich hatte so schön Bauchschmerzen. Ich kann bestätigen, auf sowas hat man Lust in der Schwangerschaft. Keine Ahnung, aber es war super eklig. Es war so krass. Ich hatte den ganzen Dreh über Bauchschmerzen. Ich konnte nichts essen, aber es war eine lustige Erfahrung. Es gibt noch eine andere. Das war auch bei einem Dreh, und zwar zu die Glasbläserin. Da sollte ich Hunger haben. Ich habe jemanden gespielt, ich habe eine junge Frau gespielt, die einfach schon sehr, sehr lange nichts mehr gegessen hatte. Ich sollte aus so einem riesigen Topf mit ganz vielen anderen Leuten immer einfach so das Essen, also so eine Suppe mit viel Fleisch, es ist ja eh kein Fleisch, irgendwie raus sammeln und dann auch Brot essen. Und alles wurde immer wieder nach den Takes zurückgeschüttet und wieder zurückgelegt. Wie widerlich! So ekelhaft gewesen, weil wir nicht genügend Props hatten. Und dann haben wir irgendwann, das wusste ich aber nicht, habe ich plötzlich ein Close-Up bekommen. Und die haben von der Seite gedreht. Und ich hatte, was machen wir? Nehmen wir mal hier die Fernbedienung. Das war mein Brot. Aber ich habe so, ich habe es so getan, als würde ich abbeißen und dann so getan, als würde ich kauen. Und ich wusste halt nicht, dass es groß im Bild ist. Es war plötzlich ein unfassbar lautes Gelächter und alle haben mich ausgelacht, weil sie es natürlich genau gesehen haben, dass ich gefakt habe. Aufgeflogen! Seitdem gibt es eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Billige Fakes. Herzlichen Glückwunsch zu der Ehre, dass nach dir diese Facebook-Gruppe gekriegt wird. Absolut, absolut. Ich bin auch immer noch begeistert von meiner schauspielerischen Leistung zu dem Zeitpunkt. Wow. Aber es gibt ja auch so Serien wie zum Beispiel Friends. Bei Friends finde ich das unglaublich. Also in dieser Serie geht es um die Freundschaft, um Freunde, die quasi in einer Wohnung leben beziehungsweise in zwei WGs leben und durch dick und dünn gehen. Wer Friends nicht kennt, gucke es sich bitte an. Das sehe ich genauso, ja. Also es ist wirklich eine großartige Serie mit Jennifer Aniston unter anderem. Und der eine Charakter, Joey, ist die ganze Zeit. Eigentlich, das wird ja auch immer mehr über die Staffeln hinweg, was ich ganz, ganz großartig finde. Er legt auch ein bisschen zu. Das ist wahr. Kennst du die Folge, wo er sich schützend vor sein Fleischklop-Sandwich wirft? Er denkt, sie begleiten einen Freund bei, das ist glaube ich ein Streifenpolizei, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, und sie begleiten ihn bei der Schicht und auf einmal hören sie einen lauten Knall, der sich anerwöhnt wie ein Schuss. Das war gar kein Schuss. Und sie sitzen zu dritt auf der Rückbank und er schmeißt sich so über Ross. Und Chandler ist noch ganz beleidigt, dass er sagt, du hast Ross das Leben retten wollen und nicht mir. Und in der nächsten Szene gibt er dazu, ich wollte meinem Sandwich das Leben retten. Ja, das finde ich auch so großartig. Es erscheint jetzt ein Kochbuch, wo das Rezept für dieses Fleischbällchen-Sandwich drin ist und noch 90 andere, glaube ich. Also das kann man alles nachkochen, nachmachen. Es existieren sogar, habe ich mir geguckt, es gibt jetzt schon Online-Anleitungen, was genau alles auf dieses Sandwich raufgehört. Das Sandwich, das Joey dazu gebracht hat, sich vor eine Kugel zu schmeißen, vor eine imaginäre. Also ja, muss ich auch sagen, großartige Serie. Und da ist ja auch das Essen so ein verbindendes Element. Die treffen sich ja auch immer wieder und sitzen zusammen an Tischen und essen. Und ich habe mich da immer gefragt, bei der Serie, aber auch bei anderen Serien, bei Big Bang Theory, wo es auch immer darum geht, eine Gruppe von Menschen sitzt zusammen und isst gemeinsam, habe ich mich immer gefragt und vielleicht kannst du mir das beantworten, was passiert mit dem ganzen Essen? Immer wieder sitzen die vor so viel Essen. Und du hast jetzt eben schon gesagt, ihr hattet nicht genug Requisiten. Wird das immer alles weggeschmissen? Essen die das hinterher wirklich auf? Sagen die, ich habe da ja noch meine halbe Asia-Packung auf dem Tisch stehen, vorm Dreh? Oder landet das immer alles in der Tonne? Im Grunde werden Requisiten nicht gegessen, außer im Take. Das ist eigentlich eine Regel. Und dahingehend wird sicherlich viel weggeworfen. Was da jetzt alles in wie vielen Massen und Mengen weggeworfen wird, weiß ich nicht. Ist aber eigentlich ein guter Punkt. Ich glaube, darauf sollten wir mal achten. Was ich auf jeden Fall noch ganz, ganz spannend finde, ist, dass Essen im Film ja auch so eine wahnsinnige Sinnlichkeit ausdrückt. Also ich finde, wenn man sich zum Beispiel Filme wie Schokolade anguckt, dann kann man gar nicht anders, als vor diesem Fernseher zu sitzen und sich zu denken, wow, wie kann man nur so schön Schokolade zu haben. Also bei dem Film muss man wirklich vorbereitet sein. Also da kommt eine junge Dame in ein französisches Dorf und eröffnet mitten zur Fastenzeit oder ich glaube kurz vor Beginn der Fastenzeit auch noch ganz nah zur Kirche des Dorfes und eine Chocolatier, ist das das Wort dafür? Wie sagt man denn? Schokolaterie. Schokolaterie. Gibt es ja jetzt auch nicht so oft, eine Schokolaterie. Und ich muss sagen, also wenn man sich diesen Film anschaut, dann muss man entweder wirklich pickepacke satt sein oder man muss den Kühlschrank voll mit leckeren Pralinen haben, weil da werden wirklich tolle Szenen gezeigt. Und es ist ja nicht nur so, dass es einem als Zuschauer so geht, es geht ja auch den Charakteren im Film so, dass sie letztendlich ihre Konflikte durch den Genuss von Schokolade dann am Ende ganz überspitzt formuliert überwinden können und dem eine ganz besondere Bedeutung einfach zugemessen wird. Diese Freude am Essen und dieses Genießen, nicht einfach nur irgendwas, wie du vorhin gesagt hast, in sich reinschlingen, reinstopfen, sondern wirklich ganz achtsam und bewusst voll genießen. Ganz genau, absolut. Ich glaube auch, das ist der ultimative Cheat-Day-Film. Ich hatte eine Zeit lang, als es den Film auf DVD rausgekommen ist damals, da habe ich den immer, wenn ich irgendwo eingeladen war, wo man normalerweise irgendwie Blumen mitgebracht hätte oder so, also so als kleines Mitgebsel, habe ich diesen Film zusammen mit einer Tafel Schokolade verschenkt. Das war immer ein sehr beliebtes Mitgebsel und sollte ich mir mal wieder so einen kleinen Vorrat, so Notfallgeschenke im Schrank anlegen. Das kommt immer ganz gut. Gott, ich habe schon wieder vergessen, Geschenk zu kaufen. Ja, wie schön. Also ihr Lieben, wir sind auf jeden Fall absolute Fans vom Essen im Film. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr so für Filme kennt, in denen euch das Wasser im Mund zusammenläuft. Oder auch das Gegenteil. Oder das Gegenteil. Ja, wo ihr eine Szene mit Essen so widerlich und so abstoßend fandet, dass euch echt der Appetit vergangen ist. Mir geht es so, ich kann, wir, ehrlicherweise, schauen wir manchmal beim Essen Fernsehen, also wenn die Kinder nicht da sind und mir geht es so, wenn im Film gewisse Dinge passieren, wenn irgendwie Menschen sich übergeben im Film oder kann ich nicht mehr weiter essen, dann muss ich auch werden zu essen. Aber manchmal essen ja Menschen auch so ekelhafte Dinge im Film, dass einem wirklich selbst der Appetit vergeht. Delikatessen. Wenn es euch auch so mal... Zum Beispiel. Zum Beispiel. Wenn ihr da ein Beispiel habt, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Wir würden uns unglaublich gerne anschauen und wir würden uns auch unglaublich doll freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge Film Gorillas. Abonniert gerne unseren Kanal und drückt das Glackieren. Bis bald. Ciao. Tschüss.